Und gelbe Fälle. Mag dich nicht. Bäh. Bäh. So, einfach die Straße entlang nach hinten gehen und dann denen wir uns verstehen. Gut. Taxi! Ne, das ist ne. Nein, nein, das ist da. Da! Hab mich doch so vor derkannt, war hier doch ein Taxi-Stand. Yay! Hm, Philadelphia. Die Zone ist tabu. Jetzt wäre ich ziemlich egal. Hören Sie mal auf, hier die Rebell zu hauen. Ich muss hier weg. Überlass das mir. Ich hab die Berger! Ich hab die Berger! Nennt mich! Keiner darf durchkommen! Wir dürfen nicht scheißen! Beschützt den Achon-Tast! Verstehen! Ja, ich bin ein Jedi! Wir müssen eine Sackgasse gelaufen, mein Freund. Du schreckst! Du schreckst! Du schreckst! Ich hab die Berger! Ich muss weiter! Haltet alle Verfolger! Komm, 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 komm! Komm, wir gehen mal ein bisschen Gift hier hin! So! Noch jemand? Wir dürfen nicht scheitern! Das ist einfach mal zurück! ich muss mein Ziel erreichen Futter für die Würmer das da da war angemessen die Straße wieder überall vergiftet wo man da wirkt es doch auch schon die Kotz doch auch schon wunderbar ich mag das das reduziert so ein bisschen die Bevölkerung aber ist auch gut wenn du jetzt auf die Mitte der Straße läufst wenn du jetzt sehr gut gut getimt dann haben wir doch hier direkt schon die die stinkt nicht schade eigentlich hier geht's dir hier geht's gut dem geht's doch gut dem geht's nicht gut der hat sich hingelegt ich würde jetzt nicht genau dorthin gehen und zu gucken was passiert ist weil du könntest dich anstecken an diesem Gift ich glaube es ist zu spät ich glaube die haben sich schon beide angesteckt hier die zwei die da rumwackeln ja ja dem geht's auch schon immer so gut die steht mitten im Gift und find's cool was ist das ist verflucht nein nicht mehr es gibt ärger an mir kommt in der schutzformation ach so ich hab gerade gefragt was das ist noch ein bisschen Gift ja komm wo ist dich ja ja du auch seid alle toben verschafft mir Zeit zu verschwinden wer schießt denn da ach der da hinne ja dann verschwinde halt auch und dann ist alles gut keiner will was von dir ich will hier nur ein bisschen die Strasse vergiften nur für alle Fälle sagen sie mal was gibt's denn jetzt hier eigentlich das eine ist die Stadt und das andere ist einfach nur ein Schatz behind gut seid hier ein bisschen vorsichtig gell Leute ich mein es ernst ist alles sehr gefährlich hier guckt euch das an hier sterben Leute jetzt muss ich vorsichtig sein hier sterben Leute einfach so ohne Grund so alles klar Steuererfahndung bitte mal einmal hier die Finanzbücher mhm aha sehr gut sehr ordentlich ja mhm 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 haben sie das sagen sie mal her mhm ja doch ist gut ist gut ist genehmigt dürfen weiter machen hey hey was gemeinsam ich töte dich warum sei du doch auch mal ein bisschen vergiftet das ist ganz lustig hier ist gerade so eine spasige Giftegge ne du auch ne du auch ich darf nicht scheitern jetzt vielleicht zur Abwechslung auch noch bisschen brennen fach der Adler hat die Tollwut frisst das Bruch obla ich bin ein Licht in der Dunkelheit stirbt endlich haltet den Gegner auf ich muss weiter zähes altes Biest ich muss hier raus ja das war einfach ist irgendwie so wie die Hauptverkehrsstraße hab ich den Eindruck vielleicht sollten wir hier nicht sein oh man Schiffplütern hihi Vorsicht hier ist ein bisschen stinkig geh mir ab ach ich geh mir mal den Pfeil wieder danke Taxiii das muss hier eigentlich schön schnittsachstraße folgen rein das ist einfach so nö also rennt dann einfach von alleine muss ich nix drücken ist ja schön ich muss noch nicht nur in der Erko gehören hört dann aber auch ne auf zu rennen ne also ich kann dann hier einfach so und das Pferd rennt und rennt und rennt und rennt und rennt und rennt nicht mehr auf krassel scheiß ich brauch mal ihr Boot nenn es genehm ist wenn es nicht genehm ist also quasi unangenehm ist dann fährt Zeit aber dann brauch ich es trotzdem schiffst 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 natürlich hätte man es sollte vorsichtig sein da direkt anspringen für den Hauptmann wenn das alles ist und das ist ja auch zu erledigt immer wieder gehen da hat er nur noch kurz wo er denn dann war es ist natürlich unangenehm wenn das ganze Boot brennt du kommst das nicht so richtig so macht mir das das ist blöd du bist ja moment da bist du ja ich treffe ihn sicher das war knapp knapp ich hab dich hörst du jetzt mal auf von mir weg zu rennen was ist denn da möchte ich viele Pfeile am Start das brennt soll so hat man nicht gewertet worden Hauptmann an Fackeln nicht mich hätten paar Meter aufgehen können das 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 Es ist so viel noch zu erledigt hier Es ist der Wahnsinn Ich hab so viel nicht gemacht hier Ob ich jetzt so dem Mischen in der Erde gepaste bin Verstehen sie? Was ich mehr gemacht habe Weißt du, ich will dir dein Boot echt nicht klauen Aber Ah doch, frau mich darüber Es ist ok Es ist ok Bist du Bist du So Danke, steh Ja, ja, ich bin ein Wahnsinniger Wahnsinnig gut bin ich So Oh, was ist das jetzt hier da drübe? Oh, schön schön, schön schön Da haben wir so ein kleines bisschen was hier abhaken Und dann müssen wir mal gucken hier Irgendwo war da noch eine Mission, die wir zu erledigen hatten Hopla, vielleicht nochmal nicht so Total an Land fahren, weil sonst das Boot kaputt geht Wollte ich gerade gesagt haben, da war es auch schon zu spät Na gut Hey Ach guck mal Ja, ich schlaufe ihn nur lang Ist alles gut Mach doch mal keinen Stress Ist schon mal nicht verreckt Ich bin nur ein wehrloser Passant Was haben sie denn hier getötet? Ist der Acht tot? Tatsächlich, der Acht tot Verreckt Ah Aber ich glaube nicht, dass die Luft rein ist Nö, ist auch nicht Aber mach dir mal keinen Kopf Das den maurigen Tag nicht mehr erleben und Es wird dir egal sein Dieser Ort wird schwer bewacht Ist nicht so schwer bewacht Sag mir das zu weit, um drauf zu suchen Ne, das gibt's ja nicht Ne, das gibt's ja nicht Was sind hier alles tot, Zama? Sagen Sie, haben sie hier eventuell Eine Krokodil-Fange? So, die sind beschäftigt Du bist tot Ihr brennt Willst du es dann unbedingt wieder auf die Harte Tour? Dann will ich dir die Kette wohl vergessen Mal geht's, mal geht's Ja, hier Verschieß nur deine Pfeile Voll Depp Wo? 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 Wo?